Suck at the head! Komm her, Bruder. Ja. Zack. Zack. Leute, nach drei Wochen Modern Warfare habe ich die Antwort, wie man dieses Spiel spielen muss. Ich habe es so versucht. Robby D ist offiziell der beste Spieler. Und ich habe es auch so versucht. Mann, Junge, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Aber Leute, heute ist er zurück. Ich belebe ihn wieder. Den Sniper King schlechthin, Freunde. Marcel zu dem Motherf**k Scorpion packt sich in seine Motherf**k Klasse jetzt ein Motherf**k Scharfschützengewehr ein. So, ist mir auch scheiße gerade, dass die Runde hier schon läuft, weil alle wissen, der Sniper King braucht kein Warm-Up. So, mal kurz mit dem Gerät, ja, ich sag mal, auseinandergesetzt wie Klassenlehrer. Wer den versteht, lässt einen Like da. Und zack. Äh, ich, das war Spielfehler. Ah, es hat gelaggt. Deswegen, deswegen war das, ja, ja. Wer jetzt dachte, dass es mein Fehler war, das stimmt nicht. Es hat gelaggt. Kurz. Hat man vielleicht nicht gesehen. Es gibt ja auch Mikro-Lag. Zack, und da ist die tödliche Präzision. Da ist Marcel zu dem Scorpion zurück, Mann. So macht Modern Warfare Spaß, ey. Da wird sich jetzt auch gleich nochmal dezent der ein oder andere Quad-Feed geschnappt. Ja, wo seid ihr mit euren feindlichen Drohnen? Fühlt ihr euch jetzt krass oder was? Bevor die tödliche Präzision gleich zuschlägt. Ja, natürlich, klar. Viel Spaß beiseite, Leute. Was geht ab? Da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gaming-Video hier auf Scorpion Plays. Vielen Dank, Leute, dass es bei euch zurzeit so krasses Feedback am Stissel ist. Das freut mich auf jeden Fall extrem, Leute. Das ist auf jeden Fall ein nices Gefühl zu wissen, dass ihr wieder am Start seid, wenn Modern Warfare am Start ist. Und ihr seht schon, ich lasse dieses Jahr ein bisschen dezenter angehen als die letzten. Das liegt einfach daran, dass ich bei Black Ops 4 meinen Videopulver viel zu früh verschossen habe. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil man verschießt ja hier wirklich Pulver, während hier der ein oder andere, ja, Streak hier über unseren Kopf, der Streak wahrscheinlich, oder geht. Das heißt, ich habe viel zu viel hochgeladen. Jetzt mache ich das so, dass ich erst mal für mehrere Monate Videoideen habe. Und ich habe schon so viele Ideen aufgeschrieben, Leute. Ich habe richtig, richtig Bock dieses Jahr. Deswegen nicht jeden Tag ein Video, aber dreimal die Woche. Und dafür gute Videos ist, denke ich, mal ein guter Deal. Und deswegen ist heute natürlich mal wieder der Test dran. Ich war sowas von drauf mal abgedrückt. Es muss gesniped werden. Und Leute, ich werde jetzt was ausprobieren. Also ich bin nicht stolz drauf, aber ich werde jetzt mal ein bisschen defensiver spielen jetzt normalerweise, weil ich sonst wirklich komplett Depressionen bekomme. Das Problem ist, dieses Spiel will ja einfach... Oh, das ist ja schnell durchgezogen, wa? Bitteschön. Brauchst du mir nicht wiedergeben. Oh, oh, Claymore. Nein, du Arschgesicht mit Ohren. Ah, das ist dieses Shotgun, wa? War es dieses Shotgun? Ich habe viel auf Twitter davon gesehen. Da muss natürlich auch noch ein Video kommen, Leute. Weil wenn dieses Ding so ekelhaft ist, dann muss ich natürlich auch mal gespielt haben. Leute, ihr kennt es. Ich will einmal... Warte, ich muss jetzt warten, dass der da hinkommt. Ich will ihn doch einfach nur einmal holen. Das gibt es doch gar nicht. Doch, bei Roller. Ich höre ihn. Er warst eh hier oben an der Treppe. Ja, hier, du Ehrenmann, Alter. Mit Pistole hole ich dich sogar. Genau, die Ehrenmann-Aktion wie er. Claymore hier natürlich um die Ecke. Zack, zack. Da habe ich einen gesehen. Kommt der dazu? Ja. Zack. Tödliche Präzision. Der Sniper-King, Freunde. Man kennt die. Möchte da jemand kommen? Hallöchen. Hallöchen, Pupürchen. Guck mal, dieses Spiel ist doch so komisch. Was passiert hier jetzt? Wo kommen jetzt die Gegner? Ah, hier ist der Hotspot der Map. Das ist quasi... Ah, da. Na, wo soll es denn hingehen? Na, wo soll es denn hingehen? Dröhnchen, wird eh keiner drauf angezeigt. Zack. Wah. Das möchte ich nochmal in Slow-Mo sehen, dass der nicht drauf war. Und bitteschön, Regie. Zack hier. Ich glaube, ich habe noch keinen Schuss verfehlt. Außer der eine, aber das hat ja wirklich nicht gezählt. Ne. Bitte funktionier. Mann. Ich hätte so viele Kills verdient gehabt. Okay, genau zwei, um ehrlich zu sein. Okay, wir machen jetzt Trick 17, Freunde. Ich hatte die 50-50 Chance. Das ärgert mich gerade. Wo bist du, du... Guck mal, wie er sich nicht zeigen will, ne? So, ich warte jetzt hier. Guck mal, wie eklig das ist. Er sitzt da jetzt die ganze Zeit. Ja, schön. Das hast du verdient. Aber sowas von hast du das verdient, Mann. Hier kommt gleich einer. Ja, komm her. Kommt her. Kommt her, Leute. Oh, das wäre jetzt so geil, wenn jetzt einer kommen würde. Ich würde mich so freuen. Das wäre mein erster Moment, wo ich richtig das Spiel genieße. Komm, richtig eklig. Oh, ist das ekelhaft. Ich schimmel richtig. So spielen die Leute Modern Warfare. So spielen die Leute Modern Warfare. Weil das Spiel ist nämlich nicht schlecht, aber die Spieler machen es kaputt, wenn sie so spielen. So, gucken wir mal, ob da einer kommt. Wir haben ja Zeit, ne, Freunde? Die Waffe sieht echt geil aus, by the way. Ich habe darüber gelesen, snipen soll richtig kacke sein, aber so kacke finde ich es eigentlich gar nicht. Ganz ehrlich, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ja, wenn du da gerne reinlaufen möchtest, dann nehmen wir das doch mit. Dröhnchen. Ich bin besser als mit normaler Waffe. Ja, moin. Ich hole eine Pistole jetzt. Ich habe einfach die Confidence. Ich habe die Confidence. Wo seid ihr? Hä, wo seid ihr? Noch 15 Sekunden reicht mir. Ja, einen hole ich safe von denen. Ja. Gebt mir eure Marken. Ja. Schön auch mitgenommen, den Typen. So, Leute, was viele nicht wissen. Ein wahrer Sniper trägt über dem Headset und der Cap noch eine Kapuze, weil die sitzen da immer richtig cool. So ein paar Marsch zum Beispiel. Der sitzt dann da richtig cool, hat vier Schichten auf dem Kopf und jetzt wird richtig gesnipet. Ey, komm. So, okay. Die Brille ist echt affig und der Rest auch, aber egal. Zack. Direkt der erste Kill in einer Runde. So, wird erstmal richtig ehrenhaft gespielt hier. Wo ist der nächste, hä? Wo ist mein nächster Gegner? Zack. Der hier ist auch gestorben. Drohne sofort am Schlüssel. Uuuuuh. Es hat perfekt geklappt. Also Leute, ich will nicht angeben, aber der Anfang ist wirklich besser als ich meistens mit normaler Waffe spiele. Okay, der sieht mich so nicht. Wo bist du? Wo bist du, Bruder? Nein! Okay, er hat es wirklich gut gemacht. Muss von ihm lasten. Hauptsache, ich habe den Gegner jetzt hier gesehen, weil ich von oben beim Spawn ihn sehe. Wie unfair ist das bitte? Aaaaaah! Okay, mit Kapuze klappt nicht mehr so gut. Der Anfang war nice mit Kapuze, aber irgendwann muss man auch wissen. Ich sage mal so, ein guter Sniper weiß auch, wann er sich wirklich konzentrieren muss. Ne, Leute? Ist ja klar. Oh mein Gott, Papi-Pup-Cruise zum Mercedes-Crop-Top. Nein. Als ob, Digga. Die Waffe ist ja wirklich ausgeknipst, Mann. Halleluja, man. Es wird eh da einer hinkommen. Es wird da einer hinkommen. Zack. Na, versuch's nochmal. Komm, hol mich. Ey, okay. No way, Digga. Nein, nein, nein. Ein Wallbang war drauf und danach war auch ein Schuss drauf. Offiziell zumindest. Inoffiziell nicht. So, jetzt mache ich mal das gleiche, was er eben gemacht hat. Nur, dass er mich holt. Ja, Mann. Hello again. Ich sage einfach, es ist wunderschön. Ich helfe meinem Bruder. Ich helfe meinem Bruder. Wa? Nein, nein, nein. Die Shotgun. Ja. Ja. Wo seid ihr? Zack. Dröhnchen, Popönchen. Als ob du nicht hier hinkommst. Okay, er kommt hier, er kommt hier. Oh mein Gott, ich lese dich doch, mein Sohn. Ich bin echt damit zufrieden, wie das läuft mit Sniper. Ganz ehrlich, Leute. Ich hatte es da viel schlechter erwartet. Hier kommt gleich safe einer. Hier kommt so safe einer, Leute. Er kommt so safe. Ich gehe auf No-Scope. Komm, ich gehe auf No-Scope. Komm doch, Digga. Ich weiß, du willst kommen. Nein. Ja, okay. Suck it the header. Komm her, Bruder. Ey, dieser Playstyle funktioniert einfach besser, ne? Es ist halt so traurig. Wie schnell war ich down? Er ist der beste. Er ist der beste Spiel in der Welt. Jawohl. Hallo. Ach, ja, moin. Ja, geilo. Digga, es läuft einfach gerade, wenn man so spielt, ein bisschen besser als normal. Wenn man so einfach die übersichtlicheren Positionen erspielt. Na, komm nochmal raus, Bruder. Komm, Bruder. Okay, den hole ich safe. Was? Irgendwer ist da. Ja. Zack. 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 Nein. Ey, es war nochmal eine richtig geile Szene. War es sogar ein Collateral, das eine? Hier, nochmal schön den geholt. Dann haben wir den geholt. Dann haben wir den geholt. Ach, schön. Schade, dass der letzte dann doch kein Collateral war, ey. Leute, ich bin gerade wirklich darüber verwirrt, warum mir Snipen bisher mehr Spaß macht als normales Spiel in dem Game. Ach ja, Leute, ganz kurz zum Thema Anemostity, weil ihr ja vielleicht die ganze Zeit die Cap gesehen habt. Freunde, ich sage dazu nur so viel. Wir sind jetzt gerade in den letzten Zügen der Vorbereitung und das ist da absolut nicht eingefroren, nur weil jetzt wenig davon gehört habt, Freunde. Es wird wirklich alles eintreffen, was wir uns immer gewünscht haben und das Ding wird ein richtiges Business und ich freue mich da extrem drauf, Freunde. So viele Termine schon gehabt, so viel Blutschweiß und Tränen reingesteckt. Ey, das wird auf jeden Fall eine zu geile Zeit, wenn Anemostity steht, wenn wir alles verpflichten werden und so, werdet ihr dann alles erfahren. Richtig, richtig. Man kann nicht so ehrenlos sein mit dieser Typ hier gerade. Es ist wirklich nicht möglich. Aha. Ja, mein Sohn. Ja, ist mir egal, dass du mich geholt hast. Ist mir voll egal. Ne, 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 ne. Nein, Spaß, richtiges Kind. Wisst ihr was, Leute? Ich habe genug gesniped heute. Ich habe es allen bewiesen. Nein, Spaß. Komm, wir spielen es nochmal mit normaler Waffe weiter. Habe ich überhaupt eine Klasse? Guck mal, ob der Typ da noch sitzt. Safe sitzt der da noch. Er sitzt hier so safe noch. Ey, du. Guck mal, sitzt er da, Digger. Ey, ich fass es nicht, wie die spielen. Leute, lasst ein Like da und tschüss. geht's.